Dieses Video wird gesponsert von meinem Kaffee und zwar Das 35er und diesen Kaffee findest du in meinem Webshop, da kannst du gerne mal reinschauen und wenn du mich unterstützen möchtest, darfst du dir gerne einen Kaffee, deine Wahl, bestellen. Vielen Dank. Hallo alle zusammen, heute geht es um das Thema Motivation zum Fotografieren, also motivieren zum rausgehen. Jetzt gerade im Frühling, wenn noch ein bisschen die Motive fehlen, wenn du nicht weißt, dass du draußen fotografieren sollst. Viel Spaß und ich würde sagen, los geht's. Der ein oder andere kennt die Situation, es ist Januar, Februar oder auch teilweise noch März und du hast ein bisschen das Gefühl, du möchtest rausgehen zum Fotografieren und Filmen, aber dir fehlen die Motive, gerade vor deiner Haustür oder in deinem Ort und du hast den Eindruck, es fehlt noch an Farbe, es fehlt an Grün, es fehlt an Blättern, mir fehlen die Motive. Und da möchte ich dich heute motivieren rauszugehen, denn das geht dennoch sehr, sehr gut und ist fast unabhängig von deinem Equipment. Ja, wenn man besseres Equipment, professionelle hat, geht natürlich immer noch ein bisschen mehr oder andere Dinge, aber dass es gar nicht entscheidend ist, welches Bild du im Kopf hast, was du umsetzen möchtest. Und das kannst du zum einen ganz normal mit deinem Telefon fotografieren, du kannst aber auch mit deiner Kamera rausgehen, beispielsweise wer eine kompakte Kamera hat oder eine APS-C Kamera hat, wie diese hier, geht auch genauso einfach und wunderbar. Natürlich eignen sich lange Brennweiten oder sehr lange Brennweiten, um sehr schön freistellen zu können, das braucht es aber auch nicht zwingend, du kannst mit einer ganz normalen Brennweite, beispielsweise hier die 23mm Blende 1.4, gehe ich einfach ganz nah ran, so nah wie ich eben kann, um scharf stellen zu können, um fokussieren zu können und dann habe ich den Hintergrund trotzdem unscharf. Das geht auch mit einem Kit-Objektiv, also wenn du ein 18-55mm Kit-Objektiv hast, geht das genauso, gehe im Zweifel einfach deutlich dichter an die Blume oder an das heran, was du fotografieren möchtest und dann hast du zum einen schon den Effekt der Freistellung und zum anderen auch den Effekt, dass du trotzdem ein schönes Bokeh oder zumindest ein Bokeh im Hintergrund hast, was du sonst nicht hättest, wenn du zu weit weg bist. Also Tipp Nummer 1, verwende dein Objektiv und deine Technik, die du hast, die du am liebsten verwendest zum Fotografieren und Tipp Nummer 2, gehe so dicht ran wie möglich. Jetzt könntest du sagen, okay, ich habe kein Makro-Objektiv, wie geht denn das? Ich könnte die lange Brennweite nehmen und irgendwie versuchen rein zu zoomen, das geht, da komme ich quasi dichter ran. Ich kann aber auch eine Festbrennweite nehmen, die vielleicht eine sehr geringe Naheinstellgrenze hat, da komme ich auch sehr nah ran, das geht auch. Du kannst aber auch dir Makro-Ringe kaufen, das kennt der eine oder andere, die sind relativ preisgünstig und mit diesen Makro-Ringen kannst du in der Regel fast jedes Objektiv zum Makro-Objektiv machen, indem du auch nochmal dichter rankommst. Also deutlich dichter als die normale Einstellgrenze. Die meisten Brennweiten haben ja eine Naheinstellgrenze von irgendwas zwischen 10 und 20 Zentimetern. Alles was drüber ist, ist natürlich noch schlechter und alles was drunter ist, ist nochmal deutlich besser. Und wenn du kein Makro-Objektiv hast, schau dir mal diese Makro-Ringe an. Makro-Ringe kannst du in verschiedenen Varianten kaufen, mit Autofokus, ohne Autofokus. Im Zweifel zum Üben empfehle ich erst einmal die einfache Variante, ohne Autofokus-Möglichkeit zu kaufen, weil du meistens sowieso manuell scharf stellst. Das Objekt läuft ja ja nicht davon, also die Blume oder die Blüte, die steht, wo sie steht. Das heißt, du kannst deine Kamera auf das Stativ stellen oder eben auf den Boden legen und stellst dann mit Hand scharf, bis es dann scharf dargestellt wird in deinem Suche oder in deinem Display. Und dann kannst du auch das Foto machen. Kannst du auch zum Filmen benutzen, würde ich am Zweifel ein bisschen ausprobieren und wenn du dir total unsicher bist, kauf dir eine etwas günstigere Variante und wenn es ein Fehlkauf war, verbrennst du quasi nicht so viel Geld. Also versuche auch im Makro-Bereich, wenn du kein Makro-Objektiv hast, vielleicht dicht daran zu kommen mit solchen Hilfsmitteln. Du kannst auch natürlich das Objektiv reverse benutzen, das ist ein bisschen so eine Spielerei. Geht auch, ist dann aber sehr experimentell und das ist sehr abhängig davon, was dein Objektiv zulässt und wie du deine Kamera benutzt und wie du sie eingestellt hast. Wer ein Makro-Objektiv hat, ist natürlich nochmal deutlich im Vorteil, weil du mit Makro-Objektiven von Haus aus näher rankommst und meistens schon eine sehr, sehr gute Abbildungsqualität hast. Das heißt, die Fotos sind einfach nochmal schärfer, nochmal detailreicher. Also wer ein Makro-Objektiv hat, der hat natürlich den Vorteil, dass er es direkt für sowas verwenden kann. Also, ich fasse zusammen, geh raus, fotografiere vor allen Dingen Details. Versuche dich nicht abzumühen, indem du in den Wald schaust, wo die Blätter fehlen oder die Bäume fehlen, die dir gefallen, sondern versuche dich eher an Licht und Schatten zu orientieren. Versuche dich an kleineren Details zu orientieren, also kleine Blüten, die ersten Frühjahrsblühe oder die ersten Knospen oder eben Vögel, die angefüttert wurden, die heranfliegen, die du vielleicht fotografieren kannst, weil sie in deinem Garten sitzen und dort sich aufhalten. Versuche das und nutze das gleich als Übung für dich, für dein fotografisches Auge, um das Ganze zu schulen. Das heißt also, du brauchst nicht zwingend die beste, teuerste Technik, sondern eher dein Vorstellungsvermögen, wie du damit umgehst. Und der letzte Tipp wäre natürlich in diesem Fall, versuch dich vielleicht auch in der Nachtfotografie. Das heißt, wenn es jetzt noch kühle Nächte hat und der Himmel klar ist und du ein bisschen weiter weg von der Stadt bist, könntest du auch noch die Sterne fotografieren. Das ist natürlich etwas, was man meistens im Sommer weniger macht, weil es dort warme Nächte hat, weil der Sensor dann zu warm ist und das Rauschverhalten höher, also schlechter ist. Demzufolge kannst du vielleicht auch das nutzen, um im Winter noch so ein bisschen den letzten Winterhimmel einzufangen, wo es noch kühler draußen ist und deine Kamera mit weniger Rauschen auf das Bild, auf dem Sensor reagiert, als es vielleicht im Frühjahr oder im Sommer der Fall wäre. Ich hoffe, diese Tipps haben dir ein bisschen geholfen. Und ich hoffe vor allen Dingen, ich habe dich ein bisschen motiviert. Schreib mir gern unter dieses Video, ob du rausgegangen bist zum Fotografieren oder Filmen. und schreib mir gern, was du fotografiert hast. Das würde mich sehr freuen. Dann hoffe ich, dass das Video gefallen hat, dich inspiriert hat. Und wenn ja, lass gerne ein Abo hier, like dieses Video und das sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.